Musik Jedes Jahr sterben Menschen an einem Blitzschlag oder seinen Folgen. Wie stark diese Naturgewalt ist und wie man sich davor schützen kann, will ich heute mal am eigenen Leib erfahren. Ich bin nämlich im Technorama und lasse mich hier von Blitzen treffen. Musik Hier in der schweizerischen Stadt Winterthur gibt es im Swiss Science Center oder auch Technorama genannt über 500 Experimente, welchen Kindern und Erwachsenen Naturphänomene spielerisch näher bringen. Hier darf man alles berühren und weckt die Neugierde und Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik. Doch jetzt wird es ernst. Ich werde jetzt eingewiesen und darf einen stylischen Metallkettenanzug anziehen. Die Tesla-Spule wirkt jetzt schon bedrohlich, denn sie kann extrem starke Spannungen von bis zu 1,2 Millionen Volt erzeugen. Doch der richtige Adrenalinschub kommt erst mit dem ohrenbetäubenden Lärm, wenn die Blitze um mich herum und in mich zucken. Musik Doch ich bleibe unverletzt, denn der Anzug schützt mich als haradaischer Käfig. So einen Kettenanzug bekommt man leider nicht im normalen Handel. Doch wie gefährlich sind eigentlich Blitze und warum passiert mir in diesem Outfit nichts? Es ist so, dass wir als Menschen können Elektrizität oder Strom leiten. Und das habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Hier ist eine Kugel, die mit einer Elektrode verbunden ist. Und jetzt, wenn wir den Kreis zumachen, dann fließt Strom durch uns. Das ist auch, was passiert, wenn wir einen Blitz kriegen würden. Also das ist ein Strom, der durch unseren Körper fließt. Wir reden von 1 Millionen Volt im Vergleich zu 0,5 Volt hier. Wir haben das von Michael Faraday, einem Engländer, der herausgefunden hat, dass wenn wir in einem Metallkäfig sind, oder eine Metallleiter, der Strom oder die Ladungen verteilen sich tatsächlich nur am externen Teil des Stücks oder der Käfig. Darum, wenn wir einen Kettenanzug anziehen, ist der ganze Blitz oder der ganze Strom nur am externen Teil der Ketten und nicht drinnen. Und drinnen passiert gar nichts. Das bedeutet also quasi, der Strom fließt einfach nur außenrum und dann direkt in den Boden. Richtig, genauso. Das war ein cooler Tag heute und ich habe es zum Glück überlebt. Doch leider kann man bei einem Gewitter nicht ständig in einem Kettenhemd herumlaufen. Daher ist ein Haus mit Blitzableiter und natürlich das Auto die sicherste Alternative vor Blitzschlag. Doch bei einem Auto gilt ganz wichtig, innen Finger weg von Rahmen und anderen Metallteilen. Daher ist ein Haus mit Blitzableiter.